Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Nein, genau. Nein, gar nicht. 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 Alter Jay. Alter Jay. Der Streamler. Aber jetzt nicht selber so auf dem Feld. Doch, selber auf dem Feld halt. Der Sepp ist schon total begeistert und labert hier über uns wieder drüber. Bist du FC-Fet? Ich lese hier gerade vor. Also, mach doch mal eben nen Post und schreibt mal Fragen stellen. Mach mal eben schnell hier. Fragen stellen, Doppelpunkt, und dann go go. Leute zu Hause dürfen jetzt Fragen stellen. Hier auf Pete Smith's Heart Reset. Ja, Post ist da. Einfach mal dann. Und gucken wir jetzt mal, was da kommt. Was hast du geschrieben? Fragen einfach. Also, die sehen und hören uns ja. Wenn ihr zu Hause jetzt Fragen habt, ist jetzt die richtige Minute dafür. Cola Echsen als Strafe. Oh, das wäre aber echt hart. Der hat ja dieses Bram vs. Jay Style schon fast. Aber Cola ist ein bisschen härter als Wasser. Da habt ihr Bram gewonnen. Bei den Echsen habe ich gewonnen. Bei den Wasser Echsen habe ich gewonnen. So, jetzt mal ein paar vernünftige Kommentare. Außer erster Miau und Hi. Ihr könnt hier auch wirklich Fragen. Also, wir beantworten jetzt auch wirklich was. Da. Wann kommt Minecraft Season 7? Das war ja klar. Haben wir die Frage nicht schon beantwortet? Niemals. 2015 war das. Alter. 532 Fragen. Jawoll. Warum ist die Moderatorin so verplant? Ja, warum? Ich will das jetzt mal bitte beantworten. Weil wir alle hier selbst keinen Plan haben. Ganz genau. Weil hier keiner einen Plan hat. Weil du eigentlich bei so einer strukturierten Sendung wie Tuff machst. Genau. Und nicht bei so einem Mumpelbumpel wie hier. Weil hier alles anders ist als im Fernsehen. Hat man mir aber auch schon gesagt, als ich hier angefangen habe heute. Das ist alles anders. Wir haben alle keinen Plan. Einfach einfach ein Zeichen raus. Ins kalte Wasser raus. Genau. Wir haben mein Kondom wieder. Die nächste Frage. Chivalry kommt später. Es kommt dann nach 2020. Genau. Wie heißt die Frau? Nela heißt die Frau. Also wenn sie mich meinen. Also Nela oder Hardy. Eigentlich kennt ihr die aus Tuff. Ja genau. Tuff kennt man dich. Genau. Also ich kenne dich daher. Ich kenne mich auch daher. Siehst du dich auch öfter im Fernsehen? Also nur wenn ich mir die Sendung dann online nochmal abends angucke. Okay. Ihr seid Seppik, FC Bayern und was habe ich noch gesehen? Da stand gerade, wie alt seid ihr alle? Wir alle? Wie alt seid ihr alle zusammen? Das müssen wir mal sehen. 12 mal 25 oder was? Im Durchschnitt. 29 wäre voll geil. Also ich bin jetzt 59 geworden. Was? Gerade erst Glas. Das ist ja aber echt gut gehalten, ey. Ja kein Pornoschke Glas. Sag ich immer. Scheiß. Also ich will ja keine Werbung machen. Es gibt natürlich auch noch Camps von anderen Firmen wie L'Oreal oder... Also wie alt seid ihr denn so im Schnitt? Ich bin 23. Die meisten sind in den 20ern oder in den 30ern. 20er oder 30er? Die meisten in den 30ern. Gronke ist 17. Gronke ist fast 12. Gronke ist fast 12. Muss ich berichtigen. Gronke ist fast 12. Ich guck gerade übrigens auch in die Kommentare bei Let's Way Together und bei Sarazons. Und warum stinkt... Was steht da? Warum stinkt Peters Mutter nach Maggi? Ja. Weil die so gerne Suppe macht. Echt? Was stimmt die immer nach Maggi? Diese Maggi-Würfel. Es gibt Maggi-Würfel? Ja. Geil. Wie macht ihr das mittendrin mit der Toilette? Wie nennt man die Kreuzung von einem Judianer und einer Nougat-Schnitte? Ich war gerade auf Toilette. Hat man mich nicht gehört? Gibt's das überhaupt? Was denn? Wie nennt man die Kreuzung von einem Judianer und einer Nougat-Schnitte? Oh Gott, der Judianer. Der war... Jugenschnitte? Jugatschnitte, ne? Jugatschnitte. Jogaschnitte. Jogaschnitte. Nela sieht heute wieder gut aus. Oh. Siehst du? Dankeschön. Ey, ihr seid doof. Lpt muss doch gewinnen am Arsch. Der Lpt gewinnt auch am Ende. Mach dir mal ein Quickscope-Duell. Vor allem bei denjenigen, wo wir uns nicht irgendwie ein Verräter haben. Wie lange braucht ihr das Haar, um seine Haare zu machen? Oh. Fünf Minuten. Echt? So lange? Einmal Swoosh und fertig, ne? Einmal Swoosh und fertig. Jeden Morgen nach dem Schlafwürfe zurück, oder? Meine Haare sind immer ne Diskussion in der ganzen Community, weil wenn ich die mal nicht gegelt hab und die einfach nur runterhängen, dann gibt's wieder... Finden manche Leute das super. Manche Leute sagen, oh, kannst du nicht rumläuf? Siehst du, hast du so wie meine Mutter. Heute bin ich ja sogar mal, hab ich die Haare drum gemacht. Das fragen mich aber viele Leute. Also wirklich, Haare ist ein ganz großes Thema. Okay. Ich hab die Haare-Thema wieder. Erik kannst du nicht mehr hören. Bei jeder Sendung werde ich irgendwie auf meine Haare reduziert, ja? Oh. Opferrolle. Peter. Peter, ich hab ne Frage an dich. Wann kommt Season 8? Ach, eure Mütter. Was steht da? Peter, mit welcher Donutsorte... Was? Peter, mit welcher Donutsorte... Was? Peter, mit welcher Donutsorte... Erst lesen lernen, dann Fragen stellen. Ich kenn das nicht. Peter, mit welcher Donutsorte verhütest du? Da schreiben sogar Mädchen, abgesehen von... Was? Verhütest du? Habt ihr viele weibliche Fans? So Mädels, die euch so... Wir haben viel weniger als Sarazza, aber wir haben auch viel hässlichere Haare, deswegen. Es liegt an der Haarlänge. Du musst aber fragen, ob die Mutter zählt, weil dann... Die ist der größte Fan. Aber immer, ne? Hast du was? Gibt es hier auch? Ach, wo extra die Dinger abgeklebt wurden. Ja, genau. Aber oben immer noch Coca-Cola. Ey, es gibt aber auch Pepsi-Cola oder Afrikola oder Fritz-Cola. Ja, genau. Von daher, ne? Ey, muss eigentlich mal einen Becher. Ich nehm einfach mal so einen hier. Mal gucken, wem der gehört. Ich weiß nicht. Ihr seid ja alle nicht... Der sieht sauber aus. Ja, der sieht gut aus. Ich bin ja nicht so... Ich mein, wir sind ja alle Gamer. Warum sind wir so? Wir waschen uns ja alle nicht. Das ist egal. Wir haben eh auch schon alles, was es gibt, genau. Findet Hadi, die Moderatorin heißt. Hadi Statement. Hadi, hier sind ganz viele Fragen an dich. Ja, auf jeden Fall. Was denn? Auf jeden Fall hat er gesagt. Wo haben wir die Autos her? Ey, Peter, wo haben wir die Autos eigentlich her aus dem Trailer? Das ist ne gute Antwort. Die waren geliehen. Die waren geliehen, ne? Ich hab die geliehen. Manche Leute haben wirklich gedacht, die Autos wären animiert gewesen. Ja, das hab ich auch gerannt. Manche Leute haben auch gedacht, die gehören uns. Leute, bitte euch. Als würden wir uns so einen Lambo kaufen. Wir holen uns Wenden Rolls-Royce. Wie geht's uns so? Ach ja, Hadis Frage war, ähm... Findet Hadi die Moderatorin heißt. Aber natürlich. Aber natürlich. Aber natürlich. Und umgekehrt? Ja, einfach. Das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Wer denkt ihr heute Abend gewinnen? Das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Das wird sich noch zeigen. Und die Zuschauer, muss ich sagen. Die Zuschauer haben gewonnen. Jeder Einzelne, der einschaltet, hat gewonnen, ne? Ja. Was? Das ist mir ein bisschen schlecht auch. Ja. Von da hinten kommt es drüber. Gezrieft. Das will ich gar nicht ausschließen hier. Machst du ja gar nicht. Ich setz mich einfach hier hin. So ist super bequem. Das ist ja gut. Was? Es gibt für FIFA nur einen Punkt. Wir haben so viele Tore geschossen. Für jedes Tor ein Punkt. FIFA war ja auch wirklich ne Sache so. Ja. Er hatte zwei Undercover-Männer in meinem Team. Ja. Die zwei schlecht gespielt haben. Wir wollen gar nichts vor. Erst mal nach Fragen gucken. Ja. Außer der Christian. Okay. Der Hadi auch nicht. Kann ich echt nicht sagen. Wir haben einfach verdientverlort. Ey komm, wir haben zwei richtig gute Chancen gehabt. Hey, wir haben auch noch nachher, ne? Hadi soll mitbestraft werden. Wir hatten nur an der Cover. Wir hatten nur an der Cover. Leute, sowas von euch ja keiner wollte. Mögt ihr Bratwurst? Ja. Wer hat Hunger? Wer geht zu Meckes? Daniele, wo ist die Pizza? Daniele, wo ist die Pizza? Daniele, wo ist die Pizza? Natürlich mein Freund, die jetzt. Daniele, kommt doch mal rüber. Daniele, kommt zu. Daniele, kommt zu. Leicht gesalzener Kassel. Daniele wird das auch als Fächer-Gäst hier am Start. Und scharfer Löwensennig. Oh, der braucht ein Mikro. Kredi zu. Ciao. Ciao, ciao, Bella. Guten Tag, wie geht es dir? Hast du uns was Leckeres mitgebracht? Hallo, Daniel. Hallo, wie geht es dir? Daniele, grüß dich. Hallo, wie geht es dir? Habbi, habbi, habbi. 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 Ich bin generell gerade etwas heiser. Die Stimme ist angegriffen. Mir gibt es doch fantastisch. Ich habe fast nichts zu tun. Seilballbombung? Ja. Ne, leider nicht mehr. Aber ich kann dir welche Besorgen von der Larissa in der Regie. Die hat nämlich wegge... Ah, ne, die hat die nicht weggebracht. Ne, ich hab schon mal eins rübergeschoben. Ich hab, glaub ich, noch eins dabei. Hast du... Gib den Geld dabei. Komm, du wirfst und ich... Wer möchte denn? Erik, hast du... Die? Wirfst einfach in die Menge. Lass sie sich kloppen. In eurer Sendung haben wir doch auch hier was gegessen und das war nicht so gut mit Bonbons. Daniela, hast du jetzt die Pizza dabei? Ja, die Pizza habe ich nicht dabei, aber ich habe Bestrafung dabei. Die Bestrafung? Die Bestrafung dabei. Machen wir jetzt schon weiter hier? Weiß ich noch nicht. Musst du sagen. Du sagst, wann du die Bestrafung haben willst. Es gibt auf jeden Fall eine Bestrafung auf... Wir erklären jetzt. Ihr habt jetzt gerade alle so gefragt, so, hä, wie mit den Punkten? Wir haben doch hier so oft beim Fußball gewonnen, also bei FIFA, wie kann das sein? Aber jetzt dreht euch mal alle um. Hier, guck mal, Runde 1, 0, 0 steht es dann noch. Wir haben ja angefangen mit den Hunger Games. Dafür gab es drei Punkte. Dann kam Street Fighter. Dafür gab es zwei Punkte. Also ihr seht, wir haben jetzt hier nicht überall die gleiche Punktzahl, ne? Und für Dirt Showdown und FIFA gab es dann jeweils einen Punkt. Das bedeutet, nach dieser ersten Runde haben wir einen aktuellen Spielstand von 1 zu 0 für Let's Play Together. Ja, das ist nicht geil. Ein großes Dankeschön an Zombie und damit. Wuhu. Du brauchst eigentlich eine Gewinnerpose, oder? Du brauchst eine Gewinnerpose. Und bei uns Jungs. Jungs, 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 wollt ihr mal alle ein bisschen näher rankommen? Jetzt heißt ja bei uns das Motto, das lautet Fame or Shame. Let's Play Together ist raus. Die haben den ersten Punkt gemacht. Das bedeutet Pete's Meets Heart Reset. Ihr seid jetzt dran. Und ich würde mal vorschlagen, kennt ihr Schnick, Schnack, Schnuck? Ja. Bitte was? Access Pop? Komm, wir machen eine Welle. Ihr bekommt jetzt eine Bestrafung. Daniele, das hat die Community auch entschieden. Die Community hat entschieden. Welche Bestrafung? Denn wir posten immer auf Facebook. Einmal haben wir jetzt auf facebook.com slash let's play together gepostet. Das ist gepostet. Wir haben ein Poll eröffnet. Und da war die Bestrafungsmöglichkeit. Die Leute haben dann auch wild noch weiter gepostet. A. Die nächste Runde der Verlierer muss mit Handschuhen spielen. Handschuhen spielen. Oh nein. Also nicht ganz genau. Oh nein. Die zum Schnee bauen. Oder eine Jack Sparrow Mütze tragen mit Rasterlocken. Ja. Aber mein persönliches Favorit war die Nasenbrille-Penis-Nasenbrille. Ich weiß, was gewonnen hat. Und was hat's gewonnen, liebe User? So ein Zufall. Also einer muss jetzt eine Penis-Nasenbrille tragen. Das ist aber bitte nicht das, was ich mir jetzt gerade vorstelle. Ja, ja. Ich hätte es auch. Doch. Es ist genau das. Die User haben entschieden. Ach so, das nur. Ich habe es gerade viel schlimmer vorgestellt. Nein, nein, nein. Ach nein, so ein Gagball und so? Nein, 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 nein. Es ist eher was, wie sie in Köln. Ich hole ihn mal raus. Das ist die Strafe für Nachreihen. Die ist es ja schon geworden. Ich hole ihn mal raus hier. Okay, ja, Daniela, zeig mal. Genau. Wir müssen uns das ja alle ... Wir sind in Köln. Das wird mal hinterher gespissen. Das habe ich bei Sarraza gefunden. Das kommt noch extra dazu, dass es nicht die Nasebrille sucht. Was ist das? Das kommt alles noch. Alter, Daniela. Ah, da ist sie ja. Ich finde dich so großartig. Ich glaube, das hat er zu Hause alles. Daniela ist hoffentlich zu Hause total feiern. Der macht ja so Interviews viele auch. Oh nein. Ja. George Clooney wollte die nicht tragen. Komisch. Könnte ich mir vorstellen, oder? Das ist ... Ihr habt ja gewonnen. Also ihr könnt ja schon mal ... Ich will zum Attest anziehen. Probe tragen. Okay, nein, ich werde die nicht aufziehen. Dann ist die Karriere vorbei. Die ist ja ganz dreckig. Warst du das? Die ist echt ganz dreckig. Was ist das? Auf dieser ... Ich weiß nicht. Die wurde schon benutzt. Die wurde nicht benutzt. Oh mein Gott. Da ist schon ein Haar dran. Okay, gut. Einer von euch wird die ... Wie lange denn? Die ganze nächste Runde über, oder? Auf jeden Fall mindestens für ein Spiel. Oder die ganze Nacht. Oder die ganze Runde? Die ganze Runde oder die ganze Nacht? Für ein Spiel. Na gut, für ein Spiel. Ein Spiel. Ein Spiel. Ein Spiel. Die ganze Runde. Ja, die ganze Runde, ne? Würde ich auch sagen. Also ich mach das. Aber zum Beispiel Handschuhe ist ja echt gemein. Eigentlich müsste ich die aufziehen. Uff. Jetzt gewollt. Du machst das freiwillig. Du machst das freiwillig. Ey, wer will das sogar? Du bist auch der, der im Dschungel kämpft die Dinger an. Also wir können auch Schnick-Schnack-Schnuck machen, ne? Jetzt bietest du das doch nicht an, wenn der schlimm sagt, der macht das. Nein, ich will den anderen auch noch eine Chance nehmen. Kann das sein, das wird auch passen zum Namen, ne? Wenn Hardy so eine ... Wollen wir nicht? Ja. Also ich biete mich an zum Schnick-Schnack-Schnucken. Ach so. Ja, das ist gewonnen. Ja, das ist gewonnen. Ja, komm dann. Also ich mein, wenn der sie freiwillig tragen will, bitteschön. Hier, immer. Immer rauf damit. Oder beide. Wie passt die denn? Brille auf Brille passt? Das passt. Das ist ja gar keine Hinderung. Das sieht cool aus. Bitte schön in die Kamera schauen, damit die Leute zu Hause auch was davon haben. Finde ich, finde ich eine gute Sache. Und jetzt die nächste Challenge. Die nächste Challenge poste ich dann jetzt bei eurer Facebook-Seite. Hart-Peats-Meat-Hart-Risette. Also da kommt dann die nächste Bestrafung für die nächste Runde. Ich hab' nicht unbenutzt. Unbenutzt. Kommt ne Füllung raus, ne? Oh mein. Super. Ne, ich will jetzt aber erstmal wissen, was die Leute zu Hause zu der Brille sagen. Schreibt-mal-was. Schreibt's. Schreibt's. Schreibt's in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare. Schreibt's. Die ist cool. Darf ich die behalten? Verbessert auch den Ton bei dir? Also wir machen jetzt einen Post mit Brille, da kann jeder seine Meinung zu machen. Wollen wir nicht gleich ein Foto und das Foto posten? Ich wollt grad sagen. Ich hab' schon Feedback hier gesammelt. Gucke grad Last man standing mit meiner besten Freundin. sehr coole Brille, geile Britte, Brille, geile Brille. Wir müssen ein Foto machen und das hochladen. Sehr sexy Nasenbrille. Ich will ein Foto. Bitte für die Kamera. Wunderschön. Penisbrille. Hübsche ist vorher. Hallo? Das ist eine Porlo-Brille. Ich will auch so eine Brille haben. Sagt der Merlin. Der will auch so eine Brille haben. Warum nur? Guck mal. Die Brille ist geil, aber die würde dir besser spielen. Wirst du nachher noch einsetzen? Wirst du nachher noch einsetzen? Sieht extrem hot aus, sagt Alex. Ich glaube auch. Die Brillen schenke ich meinem Lehrer. Sagt der Justin. Pervers sagt der Kai. Diese Brille übertrifft alles, sagt die Lara. Wollen wir das komplettieren eigentlich damit? Penistastisch finde ich auch sehr schön. Wollen wir das komplettieren damit? Sieht verdammt heiß aus. An der Brille lecken. Es gibt ein Bonusleben. Es gibt gleich ein Bonusleben bei der nächsten Runde. Jay, komm. Das gibt ein Bonusleben. Superschön. Jetzt kriegen wir direkt einen Punkt mehr. Warte mal. Ich klemm die jetzt unter. Oh, dein Penis ist abgefallen. Seriositätslevels over 9000. Das sind so Sachen, die man im Fernsehen nicht machen könnte. Herzlich willkommen im Internet. Verdammt, das will nicht. Hadi, du musst ihm helfen. Wir sollen die Brille verlosen. Bei der Paolo-Brille. Ja? Ey, Daniele, dürfen wir die Brille verlosen? Ich kann auch eine Geschichte erzählen. Ja, natürlich. Wir verlosen die, genau. Jetzt passt das. Cool. Das ist eine sehr gute Idee. Oh, schön. Wir verlosen die aber mit Autogramm von den ganzen Jungs. Ja, unbedingt. Alle auf dem Penis. Auf dem Penis, ja. Hadi auch. Hadi, Hadi. Der Gronkh hat eine Geschichte, weil er hatte schon mal Karneval so eine an. Erzähl es. Da war ich 17 Jahre alt. So eine Penisbrille hatte ich da auch. Und bin damit in die Disco gegangen. Und ich war noch nicht so, mit Frauen war noch nicht so, man war noch ein bisschen jünger damals. Oder Spätzünder, wie auch immer. Heute ist er schon mit 13 schwanger. Aber damals war das halt nicht so. Da war ich mit so einer Penisbrille war ich in der Disco. Und ich schwöre, ich habe noch nie so oft so viele Küsse von fremden Frauen auf die Nase bekommen. Das ist ein Highlight. Das ist wirklich ein Highlight. Was Gronkh nicht weiß, das ist die Brille, die du damals getragen hast. Ne, da wäre mein Lippenstift dran. Ohhhh. Sehr schön. Hey. Nicht so viele Haare, ne? Sehr schön. So haben wir noch falsche Fragen. Hast du Lust mit so einem Schnäuzer unten? Ey, der hat so viel Aussicht hängt ja so schön, ey. Schweinegeiler Typ. Das wisst ihr. Ich freue mich schon mit ihr zu tanzen nachher. Passt ihr, Jay. Mein Gott, ihr seid alle bescheuert, die arme Nela. Hat jemand doch irgendwie so ein paar Hoden, die ich mir doch so hinhängen könnte? Von der Tatjana. Stimmt, das kennst du dir die Hänge? Ach so. Pornopiet müsste die auch anziehen, ja. Ja, aber ich habe gewonnen. Dann haben wir noch ein paar Kinnhoden oder sowas. Ohhhh. Movie-Fotos. Verluste Brille haben wir ja schon. Guck mal, es gibt ganz viele Fotos schon hier. Oh, nice. So siehst du übrigens aus. War schön. Alter, das sieht schon ziemlich scheiße aus. Da ist das Bild, da ist das Bild vom Ram. Wie getroffen. Süßes Stups-Näschen einfach. Ist online? Ja, ist online. Cool. Das sieht schon echt scheiße aus. Nein. Hey Jay, sieht das aus, wenn du die Pille andersrum aufziehst. Oh, das sieht aus. Ich dachte, das lädt dir aber nicht hängen. Das lädt mir einhorn. Das ist politisch korrekter. Oh Gott. Sieht aus wie der Song. Der Brommen. Das passt zu dem Thema die Sachen, die man im Fernsehen nicht machen kann. wir kommen im Internet. Beein. Wir kommen auch mal rüber hier. Deswegen bin ich hier. Du harme. Ich setz mich hinter dich. Du kannst einfach das mal herer hinein loosenen. Ich kann sein, weil hier nur noch online zu sehen. Ich finde das super. Ich bin nicht mitten im Bild. Was ist jetzt mit euch? Macht ihr jetzt extra Wurst hier. Macht euch bequem. So, haben wir denn jetzt noch irgendwelche hübschen Fragen? Ich meine, das ist jetzt die Chance, für die Leute zu Hause hier mal loszulegen. Kommt Leute, ich mache noch mal einen Post. Jetzt einmal zu. Alle zehn Zuschauer. Was kann ich denn hier noch machen? So, unter den neuen Post-Fragen einfach mal jetzt richtig geile Fragen. Ordentliche Fragen. Investigativ. Ich finde ja Fragen nach Spieletaktiken wichtig. So wie wir alle hier brillieren, ist das ja schon. Ich finde, wir sollten in dieser Anschluss auf den Show drehen. Habt ihr euch eigentlich vorbereitet auf heute? Da hättest du. Da hättest du. Ich weiß nicht, seit drei Tagen, dass ich hierher komme. Ach so. Und seitdem hast du nur Street Fighter gespielt. Ja. Okay. Aber hat sich gelohnt. Ich spiel seit Jahren aus Street Fighter, weil ich immer hoffe, dass irgendwann mal der Tag kommt, dass ich die Erde dadurch retten könnte. Hast du heute? Hab ich, habe heute. Du hast die Penisbrille auf Jay quasi geschmettert. Ohne Scheiß, das ist voll schön, so mitzutreten. So schnell kannst du gehen. Du musst den rüsseln. Genau ziehst du schnell. Oh mein Gott. Wir laden mal die ersten Fragen, die hier gepostet wurden. Hey krass, wie schnell geht das denn bei euch immer? Zack, zack voll. So ein Ding und 100 Posts. Wann kommt Counter-Strike? Jetzt gleich. Jetzt gleich. Die Frage finde ich super. Nela, bist du freiwillig? Ja. Wirklich, echt. Elektro- und Sozialstunden, oder? Du musst dir dabei auf die Hand gucken. Ja. ABM. Ach ja. So, okay, machen wir noch mal eine Frage. Dann habe ich ja auch für euch noch eine Überraschung, ne? Ihr seid ja die Gewinner jetzt hier in der ersten Runde. Für euch gibt es jetzt gleich noch was. Ja, ja. Aber machen wir eine Frage. Hier mit seiner Brille. Wie war Amerika? Ja, also der Chris und der Hardy, die waren in Amerika. Oh, wie war Amerika? Christian und Hardy, könnt ihr vielleicht mal erzählen. Amerika war geil, oder? War super. War super, oder? Was habt ihr da gemacht? Erzähl mal. Wir waren bei EA, wir sind eingeladen worden für SimCity. Eigentlich waren wir bei Maxis. Bei Maxis, ja okay, bei EA waren wir auch. Aber Maxis, wir waren im Studio von Maxis und haben uns SimCity genauer angekuckt. Schön mal essen. Und ein bisschen Sightseeing noch gemacht in San Francisco selbst. Also war geil, muss ich sagen. Wetter war echt krass, oder? Also man konnte tatsächlich ohne Jacke rumlaufen. Ja, da hast du 15 bis 20 Grad gehabt, oder? Oh ja. Schneidisch. Aber Autofahren war auch geil, ne? Wieso? Ist das eine Uhr, oder ist das ein Fernseher? Das ist eine Uhr. Aber die läuft nicht mal richtig. Alter. Das sieht aus wie unser Fernseher, den wir damals hatten. Das ist aus der Mickey Mouse. Was war mit dem Autofahren? Warum war das so was? Ja, weil die haben ja pro Fahrbahn sechs Spuren, ne? Und du kannst ja dann rechts, links überholen, dann interessiert die ja ein Scheißdreck. Und ich weiß nicht, aber so viele Bullen haben wir nicht gesehen. Polizei natürlich, es tut mir leid. Also man kann das, wie viel schnell du fahren? 120? 120. Ja, also höchstens über 65 Meilen. 65 Meilen. Das ist so ätzend. Und dann sitzt du auf dem Highway und die ganze Zeit im fetten Mustang. Ja. Weil ich durfte es ja auch nur du fahren, ich war ja noch zu jung, weil ich durfte ja nicht. Was? Seid ihr zu E3 wieder da? Ach so, ab 25. Dann treffen wir uns doch da einfach. Was? Wann seid ihr wo? Zu E3. Alle mit Penisnasen. Ja, genau. Ja, genau. Wir machen noch einen US-Trip da. Ich glaube Penisnasen sind eine Donner, wo ist aber verboten. Wir machen jetzt erstmal in Thailand. Das ist halt unsere gute Sendung, wo wir quasi live zu sehen sind. Also ich finde, wir sollten so eine Sendung noch in Thailand machen. Ja. Alle T-Shirt. Das geht ganz schnell. Buchen und hinterher pflegen. Ja? Man. Kommt dafür mal vorbei. Das ist ja Pro-Sieben-Budget. Ruhe. Ja. Es wird ein super Trip. Und Dubai und Abu Dhabi werden wir auch abchecken. Und dann im Juni oder so machen wir dann einen US-Trip für die Superhomies. Natürlich gibt es viele Videos, um mal Stimmbart Werbung zu machen. Also quasi nach dem Urlaub fährst du dann in den Urlaub? Ja, ne. Nee, dann sind wir erstmal hier. Es ist mehr Urlaub. Urlaub und Arbeit. Ihr Geld verdient. Okay. Aber bevor wir jetzt hier total in Urlaubsträumen schwelgen und so weiter, habe ich jetzt eine kleine Überraschung für euch. Yeah. Nicht nur, dass die Überraschung total cool ist, nein, sie wird auch noch von zwei wunderschönen Frauen hier reingeschoben. Reingeschoben? Ladies, euer Applaus. Applaus. Hallo. Hallo. Was habt ihr denn schönes? Ein Koffer, das habe ich mir schon immer gewünscht. Wir sind zu hoch, Erik. Wir haben so die Besserung. Können wir endlich verreisen. Okay, dankeschön. Ich sehe schon. Dankeschön. 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 Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr schwer. Okay. Es macht keinen Sinn, ihn nach hinten zu bringen. Bevor ich jetzt meinen Hintern hier die ganze Zeit angucke, die gewinne mal. Hier, der Rumpel macht das schon. Mach mal auf. Mach mal auf. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Kennst du den Film 7? Nein, da ist was Schönes drin, hat man mir gesagt. Ich würde was sagen für nächste Runde. Trommelwirbel. Eins, zwei, Zelda-Jingle. Oh! Jaa! Geil. Gott sei Dank. Endlich mal jemand der mich tippt. Wir gehen Parana. Das ist ein Lager-Games, Alter, das ist ein Lager-Games. Wo ist das Schwert? Wir sind aber so fair, wir teilen auch. Freut ihr euch? Dafür, dass ihr in der ersten Runde wirklich alles gegeben habt. Und ihr wisst ja, bis heute Nacht und zwei sind wir noch hier. Darum hütet euren Schatz, hütet ihn. Das werdet ihr brauchen nachher. Aber wir gewinnen doch noch ein paar Koffer, oder? Ich bin mal gespannt, was das ist. Als wären wir ins Dschungel. Wir haben so viele Penis-Nasen geholt. Hat er einen Eierschneider dabei? Ich sehe schon, ihr spielt viele Gemetzelspiegel. Eierschneider kommt da nicht drin vor. Eierschneider, Metzelspiegel? Wäre aber interessant. Wenn man das nicht wörtlich nimmt, wäre es interessant. Das sind die Gesprächsthemen dann ab 23 Uhr. Ich meine aber wirklich, man kann ja auch einen Finger in den Eierschneiderschnecken. Bei uns ist das immer ab sechs Stunden leistig. Wir teilen jetzt. Du hast nichts verpasst. Keine Angst. Wollt ihr den mal in Sicherheit bringen oder so? Den werden wir auf unsere Seite packen. Genau. Schön, dass man mit dir redet. Schönen Koffer auch. Finde ich super. Machen wir was kaputt. Liebe Freunde, ich hoffe ihr habt Spaß da draußen. Es ist ein bisschen chaotisch. Ich weiß, es geht ein bisschen durcheinander zu. Aber wie gesagt, es ist das erste Mal ein Experiment. Ich finde uns trotzdem sympathisch. Und das ist das Wichtigste. Hauptsache wir finden uns sympathisch. Ich finde den doof. Aber du bist ja auch die letzte Wahl gewesen. Aber was willst du machen? Scheiße, muss ich schon wieder mit dem Papp-Idioten zusammen machen. Aber soll ich mal sagen, ihr zu Hause habt jetzt auch gleich gewonnen. Also einer oder zwei oder so. Weil ich habe ja vorhin gesagt, wir verlosen hier ja auch noch, was habe ich verlost? Geile Games. Geile Games, genau. Geile Games, ach so. Die von euch alle unterschrieben werden. Haben wir schon. Haben wir schon. Ist ja alles schon gemacht. Habt ihr schon alles unterschrieben? Sieht schon alles hinten genau. Guck mal, da kommt schon ein Zettel reingeschwebt. Dankeschön. Guten Tag. So, kann das einer von euch lesen? Franziska Kunze. Okay, gewonnen hat Franziska Kunze. Tobias Fischer. Und Tobias Fischer. Applaus her. Herzlichen Glückwunsch. Was heißt das in Klammern? Bitte? Bitte eine private Nachricht an die LPT-Seite auf Facebook. Lptlive.de. Facebook.com. Lptlive. Und dann eine Nachricht hinschicken. Genau. Einfach eine private Nachricht, weil dann nämlich haben wir eure Adressen, dann können wir euch das Zeug da rüberschicken. Stimmt. Ich dachte, ihr bringt das persönlich dahin. Das wollten wir machen, aber wir müssen ja die Show machen. Ach so. Wir sind auch im Urlaub bald. Deswegen. Also wir fliegen ja gleich los quasi von hier aus. Ist ja echt. Dann doch besser mit der Post. Seid ihr alle mit dabei. Genau. Bangkok machen wir unsicher. Wir machen das. Also wir übernehmen den Urlaub für euch und ihr könnt dann die. Fegen. Hier ausfegen bisschen. So. Habt ihr euch jetzt gerade gefragt, warum ich einfach nur so debil in die Kamera geguckt habe? Ja, weil der Regisseur gerade mit mir gesprochen hat und mir gesagt hat, eigentlich gäbe es jetzt Werbung. Ich aus dem Fernsehen, kenn das ja auch so, dass nach so einer coolen Runde einfach mal Werbung läuft. Aber wir machen keine Werbung. Nein, wir machen jetzt hier gleich weiter. Warum machen wir denn Werbung machen? Ja, weil der Janosch das gesagt hat. Ich hab mich schon über die geile Produkte gefreut. Welche Produkte benutzt du denn? Ich hab mich schon über die geile Produkte gefreut. Weil sonst der Stream zusammenbricht, höre ich gerade. Ach Janosch. Nein, aber jetzt hier. Zweite Runde, oder? Okay, zweite Runde. Seid ihr fit eigentlich noch? Seid ihr noch fit? Seid ihr noch fit? Deine Welt, ja. Ja. Ein bisschen angeschlagen, weil ich schon so viel gemacht habe. Dann heißt es, dass es in der zweiten Runde folgende Disziplinen gibt. Nämlich Counter-Strike, Global Offensive, Tekken-Tek Tournament 2, Worms Reloaded und die All-Stars Battle Royale. Und die zweite Runde beginnt jetzt. Und ich trinke jetzt mein Apfelschölchen. Soll ich dir mal die Namen geben, so zur Sicherheit, damit wir auch genau wissen, wer wirklich gewonnen hat? Ich leite einfach weiter. So. Voraus gebe ich immer Rumpel, aber der hat auch nichts. Okay. Nächste Bestrafung dann. Ist das Wasser? Ist das Wasser? Hast du das nicht schon gesagt? Hard reset, dass du das verkonsten? Kann ich noch meine Steuerung irgendwie umändern oder darf ich das nicht? Das fangen wir jetzt nicht an zu. Das war später. David. Team Beatsmeat. Wir möchten unseren Erfolg mit euch teilen. Wollt ihr vielleicht viel Wodka trinken jetzt? Vor dem, was weitergeht. Natürlich. Johnny. Wir haben noch nie gehostet. Für den Sieg. Das könnte man machen. Ich muss die Befehle gleich eingeben. Willst du nicht einfach hier hinsetzen? Ne, den Sieg ist noch nicht besser. Ja, ja. Irgendwas muss ich jetzt ja auch mal machen. Ich muss leider hier nochmal die Steuerung umstellen. Ich könnte wirklich eine Laugenstange machen. David bei Mexiko gibt es ab. Essen. Verzieren. Auch eigentlich dieses... Kann ich denn wieder reinjoinen, sodass ich... Wie kann ich denn wieder reinmachen? Ich hab grad was umgestellt. Das ist doch einfach über Steam. Oh ja. Du hast irgendwas... Du hast irgendwas da... Freundschaft angeboten. Bei mir hat das aber auch gehört. Ach so. Wenn wir hier spielen, haben wir auch keinen. Wie denn? Ach so. Kann ich? In einen der Leute, die... Ja, ja. Passt schon. Rein dann wahrscheinlich. Ja toll, Johnny. Jetzt hast du mir den Host gegeben und ich kann jetzt meine Sachen nicht umstellen. Ja. Ja. Toll. Ist doch klug. Das ist natürlich geil. Ja, ja. Hat denn die Spiele schon gestartet? Hallo. Der PT3. Wer hat denn die Spiele schon gestartet? Ähm, das Spiel ist noch gar nicht gestartet. Also ich schmeiß euch jetzt sozusagen alle raus, damit ich meine Tasten umstellen kann. Äh, wer hat denn? Komm, der Stry. Ego-Footer. Ham, ham. Hä? An welchem Rechner sitze ich? Okay. Krieg ich das Steam-Aub, Alter? Wir haben gerade eine Piste gewesen. Wir haben gerade eine Piste gewesen. Wie krieg ich das Steam-Aub, Alter? Oh, Leute, ich seh grad vier Spieler insgesamt. Ist das richtig? Was? Die Red Bull-Dosen nicht nennen? Ach, die Red Bull-Dosen. Ich kann nicht mal einladen. Du bist... Ja, ja. Krieg mir jetzt auch noch mal Geld für. Ja, lad mich mal ein. Ach so. Äh... Cool. Ach so. Ähm, irgendwie muss jemand anders noch die restlichen Spieler einladen. So. Äh, hast du jetzt ne neue Lobby gemacht? Ach, ich wurde eingeladen. Oder wie jetzt? Ne, das ist immer nur die gleiche. Du bist immer nur dran. Okay. Was geht ihr denn als erstes, damit man nicht so ein... Ach, dürfen wir jetzt mal mit Kopfhörer spielen? Ich seh das jetzt in all seiner Pracht. Wunderbar. Wir können... Wenn wir jetzt der Stur auswählen, die Map nicht wählen. Ach, stimmt. Ich hab immer mehr auf den Kopf. Ja, das geht. Ja, ich hab jetzt auch noch das hier auf den Kopf. Klingt gerade Werbung eigentlich, oder? Countest... Ja, du kannst aber zur Not die Tastensteuerung auch... Machen wir die so ein bisschen auf Halb, ne? Ja, wär echt tot. Machst du auf Halb? Genau. Ja, hoffentlich bist du, dass wir uns hören. Ach so. Was? Komm, lass, gucken wir anfangen. So, was spielen wir als erstes? Äh, wir spielen die ganze Zeit hier Bombepland. Na, da kannst du die Maps ja nicht auswählen. Okay. Ja, gut. Die werden, die werden zugewiesen. Dann, äh, würd ich sagen... Einfach los. Geht das einfach ganz leise. Das geht auch. Kann man hier leiser drehen? Ach, guck mal. Wo muss ich drücken? Ich kann das spielen. Am Maps Workshop. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich denke, wir warten. Bitte warten, Tito. Mach mal. Bitte warten. Bei mir steht, bitte warten. Bei mir steht auch, bitte warten. Warten kann ich. Ach so. Warte mal. Wieso, wieso, wieso läst du schon? Ach so, weil ich der Host bin. Hardy ist was? Weil du der Host bist. Bla, bla. Hardy? Was? Du kannst das Spiel erklären. Ich erklär das Spiel. Hammer. Geil, Junge. Ähm, Counter-Strike. Ich mein, wer kennt's nicht? Ähm. Ich. Ich. Ja. 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 So, ich muss jetzt noch die Bots kicken. Ach, Bots sind auch da. Sehr schön. Bots haben wir auch. Nein, die kriege ich jetzt. So, ähm. Ich bin Hard Reset 3. Was bist du? Du bist 2, Christian? Und 1. Und Johnny ist Hard Reset 1. Ja. Wie sieht das bei euch da hinten aus? Ich mach jetzt. Wer ist LPT 1 von euch? Hinten links der Fabian. Okay. Fabian ist LPT 1. Und dann geht's weiter mit 2. Mit Rumpelissen wahrscheinlich Nummer 2. Ich bin 3. Ja. Schon am Start, oder? So, ich will mal sagen, die Maus ist auf jeden Fall richtig hart. Krass. Alter, was ist das für eine kranke Scheiße? Du resettest das, ne? Seid ihr fertig? Die spielen schon, glaub ich. Wir laufen schon. Wir laufen jetzt rum. Und dann geht's schon. Ich wollte gerade schon gewinnen. Ja, ey, warte, ich muss erst mal meine Maus empfinden. Boah. Boah. Ich muss auch die Mausgeschwindigkeit noch ein bisschen runterdrehen. Die 3 kmh hier sind zu viel. Die muss noch ein bisschen runter. Okay, Team, wir sollten zusammenlaufen. Ich mein, der Pendelnase hinterher. Ich glaub dem 1er nach, ja? Ah, es sind 2? Ja, ja, ich hab, äh. Oh, da ist schon was, da ist schon was in der Mitte. Oh! Da hab ich direkt nen Header bekommen. Aua. So, da ist der erste schon mal draufgegangen. Nein, in der Gasse, in der Gasse ist einer. Ah! Ihr macht dat. Da ist einer. Ja! Heid ihn hinter dir! Nein! Von hinten! Scheiße! Haben wir schon verloren? Ich war direkt tot. Ja, das ist die erste Runde von 20. Oh! Ich hab ihn aber abgelenkt. Von vorne hab ich ihn abgelenkt. Eliminieren sie einen Gegner, um eine neue Waffe zu erhalten. Oh, jetzt haben wir schon 20. Oh, jetzt haben wir schon 20. Oh, was? Muss man nicht irgendwie Bombe legen oder sowas? Ja. Ja, scheiße auf die Bombe. Ja doch, klar. Ihr müsst die Bombe legen. Oh, dass man hier nicht ziehen kann, das macht mich total wahnsinnig. Aua, 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 aua. Vorsicht, die sind im Haus drin, hinter dem Haus, hinter dem Haus. Ah! Nein! Oh nein, 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 nein! Sieht nicht! Aua! Scheiße! Ich hab auch Gefühle! Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns! Ach komm, nehm ich doch, das ist doch scheiße! Einer ist weg, einer ist draußen auf der Straße! Wachen Sie die Pfeilräse! Von hinten, von hinten aus dem Haus! Der ist beim Boot! Der ist beim Boot! Wo ist das Boot? Das Boot ist mal Eingang, wo wir, wo wir rausgekommen sind. Wieso hast du eigentlich noch die, äh, äh, 4? Ach so, raus geht links! Okay, okay. Ich hab auch nicht... Ich hab die P90 gerade gekriegt. Hinter dem Beißen, aber erst in dem Haus. Ich hab ihn auch schon mal getroffen. Stirb halt! Komm, der Chris! Du machst das! Aber jetzt ist er im Haus, er raus! Oh! Total unfer, dass ich das sehen kann, alles! Los! Jetzt! Ah! Er läuft hinter dem... Vorsicht, er kommt! Er kommt, er kommt, er kommt! Wir haben ihn gesehen! Jawoll! Schön! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Was mach ich mit der scheiß Bonusgranate? Oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Oh mein Gott! Hat doch gar keinen Kill gemacht, ey! Ich kann mir jetzt eine Waffe aussuchen! Können wir hier eine Bombe lösen? Okay, alles klar! Versteht das mit der Bombe ehrlich gesagt auch nicht! Wo seid denn ihr alle? Oh hoch! Lass mal hier lang... Wer ist denn das? Hier Christian? Ja genau! Ich seh grad die Minimap nicht, da ich wie ein blöder... ins Team entzucht werde! Können wir gleich offline gehen? Vielleicht? So... An der Garage! An der Garage miteinander spielen! Die sind oben im Haus! Alter! Ich krieg voll einen... Jawoll! Hab ich einen! Wie ging das denn? Von hinten! Hahaha! Das magst du wieder nach... Aua! Von hinten! Ach komm! Was ist das denn für ne Scheiße! Verdienst! Headshot mit ner AK? Ist klar! Auf die Entfernung! Der andere ist im gegenüberliegenden Haus, geht raus! Ja ja! Im Gegenteil... Nein, der war neben mir! Im Nachbarhaus! Komm raus, komm! Ich würde schon... Jawoll! In die Falle gelockt, hast du uns? Ich? Verraten, ja! Ich doch! Nein! Es steht grad immer noch 2-1 zu uns! Das sieht man da, wenn man sich aufregt! Gut, dass jemand ihn erwähnt hat! Ich stehe ich gar nicht! Ich stehe ich gar nicht! Habe ich einen Scheiß-Waffe! Ich will den richtiger haben! Ich will den richtiger haben! Das ist natürlich scheiße! Kann man irgendwie was kaufen mir, ne? Ich verstehe das auch alles nicht! Was ist denn hier geiles? Links ist einer rüber! Das ist schon mal angeschossen! Da ist aber ein geschluckt! Da ist aber ein geschluckt! Jawoll! Headshot! So muss das! Ups! Hat keiner gehört! Da, in dem Haus gegenüber! Okay, ähm! Ah! Rumpel kommt ganz außen rechts! Stieh! Jawoll! Was habt ihr für Rüstung? Ach! Cheating! So! Wirklich! So nicht anders läuft jetzt! Sehr gut, Leute! Oh ja, genau! Jetzt muss ich mit dir nicht! Wie krieg ich denn die Scheiße an? Was? Anderes hab ich nicht, oder was? Oh! Waffen? Wie kriegt man Waffen eigentlich? Erst wenn mir jemand getötet hat! Aber ich töte erst! Dann liegt das daran! Ups! Zwei über rechts! Zwei über rechts! Da im Bootshaus! Oh, dammit! Hammer öde! Krieg ich nicht hin! Krieg ich nicht hin! Lebt ihr eigentlich noch? Nein! Scheiße! Komm, Jay! Ich leb nicht mehr! Ich leb noch! Lutschis machst du doch! Zwei leben noch von uns! Einer lebt noch von denen! Ja, das schaffen wir aber doch jetzt! Vorsicht, da ist er! Was?! Ach komm! Shit! Sauber! Verloren! Aber es steht nur noch 3-2! 3-2 steht so! Ja, sicher mit der Tiegel, ey! Ach, es geht das Rücken! Ja, aber die Tiegel ist echt hart! Das hab ich eine dusselige Pistole! Jetzt die Runde machen wir wieder standardmäßig! Kannst du immer wechseln mit Mausrad, oder? Nee, eben nicht! Versteh es nicht! Ja, das Drehen, das ist schon mal gut! So, weg mit denen! Boah, da hab ich ihm einen gegeben, aber er ist immer noch nicht... Wow! Oh, was macht ihr? Team Kill! Team Kill! Was?! Aber warum?! Ja, mir wurde ein Rücken geschossen! Von euch! Einer links! Irgendwo da hinten so! Wisst ihr, ne? Alter! Hu! Hu! Aua! 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 Ich guck da hier! Komm! Komm wieder raus da! Zeig dich! Ja, nicht blocken! In dem grünen Haus! Stimmt gar nicht! Ist nicht grün! Achtung! Ganz neben dir! Links! Jawoll! Jawoll! So läuft das! Alter, ihr seid saugut! Ohne Scheiß! Ihr holt da, reißt da richtig krass raus! Ja, sicher! Ich hoffe, dass man sich die Waffe nicht aussuchen darf! Das war aber gut! Die hab ich auch dran gekriegt! Ohne Spaß! Also vorrennen können wir nicht! Aber ich hab nur das Messer! Ich muss campen! Jetzt muss ich campen! Ah! Das war fast schon rushen! Alter, wie lange muss ich denn auf den Topf? Jawoll! Ah, die Schottie ist doch scheiße! Die Schottie ist scheiße! Ohne Spaß! Oh! Kacke! Nee, nee, ich kann das nicht auswählen! Ich muss die nehmen! Die Bahn! Ja, ich hab zwei fast fortgeschossen! Ach! Wunderbar! Ihr bist so ein Wiesn! Ihr bist so ein Wiesn! Ihr bist so ein Wiesn! Hier geht's! Von der 6 von 20! Ah! Jetzt muss ich die ganze Zeit mit der Schottie schießen! Ihr seid eh jetzt bei welcher Waffe mittlerweile? Ach! Der seid Egel! Boah! Ich hab ja noch Counter-Sweck noch nie gespielt! Auch nicht! Ne, hier lauf ich nicht lang! Stell den dann auch wieder um! Komm, wir ballern jetzt beide drauf! Oh! Was ist das denn? Warum schießt der denn nicht? Wo bin ich hier drauf? Wo bin ich hier drauf? Die ganze Zeit die AK! Uiuiui! Links einer! Links am grünen Haus! Die kenn ich auch nicht! Wow! Der kommt von links um die Ecke! Hat er sich angeschlichen! Das gibt's doch gar nicht! Ich treff den mit der Schottie! In your face! In your face! Mein erster Kill! Shit! Alter, jetzt muss ich so lange mit der spielen, bis ich hier völlig am Arsch bin, oder was? Nochmal geil! Scheinbar schon! Lass doch nochmal zusammenlaufen! Ja, weil ich ja... Ich muss jetzt einen Kill damit machen, damit ich nur neue Waffen kriege, oder? Weil, äh... Auf meiner Seite ist einer im gelben Haus! Boah! In dem Haus drin... Einer ist wieder hinten! Einer ist hinten! Einer ist hinten! Hinter mir! Ach, hinter uns! Jawohl! Zwei weggeholt! Ich hab dem zweimal einen reingedrückt und der stirbt nicht! Äh... Kommt durchs... Ich bin tot! Zwei Leute hinter dir! Wo denn? Der ist links außen von uns! Ich hab den gerade zweimal mit der Schotti eingegeben und der ist nicht drauf! Oh! Zweite kommt auch! Zweite kommt auch! Ja, ja! Oh! Ja, okay! Wir geben unser bestes! Du sitzt auf dem Minimam! Ey, komm! Ihr seid zwei gegen eins! Was ist das, ey? Toll! Alle drei geholt! Schüppel sind wir ganz! Zwei war noch lebendig, leider! Aber Christian, den richtigen Mann da eingesetzt! Jetzt muss ich wieder mit der Schotti spielen! Das kann man nicht viel machen, ne? Äh... Bist du downgegradet? Ne! Ich war noch nicht weiter als mit der Schotti! Komm, wir lassen uns mal zusammenlaufen! Problem ist, ich weiß aber auch nicht, wo ich langlaufen soll, weil... Ja, sicher, ey! Wow, da kommt direkt einer! Oh, den hab ich gut getroffen! Der hat mir hart getroffen! Oh! Oh! Wenn mich einer... Ah! Hab ich schon grad sagen... Ach komm, ey! Jawoll! Der hab ich ihn weggehauen, ey! Hadi! Jawoll, Hadi! Du machst das? Gib mir! Komm, Hadi! Schöne kill! Ähm, ja, der kommt... Da kommt doch durch das... Stirm! Hadi! Hadi! Ich treff nicht! Ist der noch da drin? Und komm! Stopp! Ja! 5-5! Schade! Hadi, warum machst du denn? Oder was? Ich will jetzt ne neue Waffe haben! Wenn du nicht triffst, dann renn da hin und messer den! Nochmal! Ey, Adrenalin pur hier! Ist gut, ist gut! Wenigstens ausgeglichen! Wann ist das denn jetzt? Jawoll! Endlich, ich hab ne AK gekriegt! Oh, meine neue Waffen! Ja! Sehr nice! Ich glaub, die hat jetzt jeder! Nach der Hälfte der Runden! Ne, wir hatten davor die AKs am Anfang! Ehe? Jetzt haben wir die M4! Hä, wieso schießt der denn manchmal nicht? Das ist echt seltsam! Alter! Einen hab ich! Lauber! Headshot! Team HR2 dominiert sie! Steht hier! Einer fehlt noch! Einer fehlt noch! Wo denn? Aua! Sollen wir denen das sagen? Scheiße! Ach, ich bin das Letzte! Fuck! Dürfen wir denen das sagen? Aua! Aua! Der ist jetzt hinter dir! Aua! Den haben wir aber nicht hin gekriegt, oder? Das ist doch scheiße! Nee, das machen wir nicht! Himmel! Am Leben! Typen! Oh Gott! Euer Plan! Nicht sterben! Ich hab dich gefragt, ob wir das machen sollen! Links? Links ist gut! Das Geile ist, es ist noch nicht einmal die Bombe geplantet worden! Ich glaub hinter euch! Achtung mal, keiner die Bombe aufplanten! Ich weiß nicht mehr, woher der Bombenplatz ist! Nein, in der Garage ist schon einer! Boah! Ich werd auch schon angeschossen! Na ja! Das war nicht so geil! Ich geb's zu! In der Garage ist der immer noch! Einer am Boot unten rechts! Ah! Nach rechts! Guck nach rechts! Scheiße ey! Mit der P90 triffst du aber auch gar nix auf die Entfernung! Im rechten Haus sind sie! Ja ja! Zwei Stück! Ah! Komm das denn her! Oh! Achtung! Gleich kommt einer von hinten rein! Aua! Von hinten? Ja! Du bist zu spät! Gut! Ein weniger! Geht weg! Ganz ganz hinten bei denen am Spawn ist jetzt linke Seite rüber gelaufen! Ja dann soll der mal kommen! Ja dann soll der mal komplette machen! Die sind zu dritt noch! Ach das geht! Links dürfte der irgendwo sein! Der ist links am Boot glaube ich! Vorsicht! Ist jetzt hinten bei denen am Spawn! Bei uns! Am Spawn! Der kommt vielleicht da hoch! Der ist hinten am Spawn! Komm drin! Jawoll! Das war nicht ich! Egal! Hui! Ohne Spaß! Das ist echt behindert! Wenn ich mich eigentlich verschöpfen dann sehe ich die Mini-Karte nicht! Wollen wir jetzt nochmal rechts? Ja! Ich glaube ich habe Samenstau! Ich glaube ich möchte da gar nicht lang! Einer nach rechts von denen aus! Okay ganz hinten links einer! Geh vor ist einer hinter mir! Da ist keine Stille hier! Wir müssen sie auch ein bisschen konstruieren! Ja! Nein! Jetzt nicht noch! Drei außen! Drei außen! Drei außen! Ich hatte noch einen AP! Ich hatte noch einen AP! Machste gar nichts! Alle drei links von uns gewesen! Ich mach das! Boah! Ich muss die Mausbeschleunigung mal ausmachen! Das geht ja gar nicht! Die hoffen alle jetzt so krass! Ja! Schießt euch gegenseitig ab! Litt zu unserem Spawn glaube ich! Tali ist tot! Ja ja! Ich bin leider schon drauf gegangen! Bin gerade komplett verwirrt! Weiß nicht wo ihr seid und wo er ist! Ich bin jetzt auf einem Haus! Im Grünen? Im Grünen ja! Wo ist der? Ja! Nein! 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 Er ist in der kleinen Garage! Nein! Links! Was? Ja komm! Jetzt aber! Alter Scheiße! Boah! Macht ihr das spannend! Alle auf einen! Huh! Ja natürlich! Ich hab die doch auch so gemacht! Alle auf einen! So halt nochmal rechts! Die kriegen immer die Scheiße drauf! Und die haben halt immer eine Seile drauf! Ich verstehe ja nicht! Ja! Ich weiße nicht! Achso! Ich hätt gern mal eine Sniper oder so! Da hinten! In einem gelben Haus! Jawoll! Boah! Was?! Headshot mit der Diegel! Schluss! Nice! Ich mein der war irgendwo da hinten! Wo ist der letzte? Ich mein der wär von dem... Nämme ich! Jango! Bei dem Laster! Oh ne! Ganz rechts! Warum willst du nicht? Jawoll! Nubsche Weltordnung! Hab ich bekommen als Errungenschaft! Was auch immer das ist! Das sieht man ja unten links! Ja! Man muss halt wirklich einen Kopf treffen! Oder Oberkörper! Ah ja da! Was auch immer das ist! Ich glaube, hab das Gefühl, aufteilen war irgendwie doch besser! Ne! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Wir haben mehr Punkte gemacht, als wir zusammen unterwegs gewesen sind! Okay! Ganz links einer! Am Boot! Wieder in der Bootgarage! Und in... Finden sie gelegte Bombe! Ah! Bisher! Druck ausüben! Was?! Das ist doch ein Scherz! Ja, komm! Mit der Shotgun! Mit der Shotgun! Von der Wehe! Alter! Was ein lacher Shot! Sind sie halt tot? Ja! Ich mach die Bombe! Scheiße! Was auf mir auf! Ihr wollt doch mal zurück! Geht doch noch mal zurück! Ihr müsst euch gegenseitig abschießen! Wir kriegen auch gleich eine Waffe! Ich krieg ständig diese blöden Pop-Ups! Ich kann die Karte gar nicht sehen! Die Mufflein gestellt! Nur weil Scheiße! Können wir uns joinen wollen! Ja! Die... Die Luftpumpe, die ich hier habe, ist auch Scheiße! Scheiß noch Leute rein! Das wär noch Scheiße! Nächste Runde stellen wir wieder anders ein! Da! Am Laster! Kann nicht sein! Wenn du Wut bist, hast du dafür bestraft wirst! Ach! Das ist doch Bullshit ist das! Ne! Ist geil! Ich hab einen... Im gelben Haus ist einer! Gib mir denn da! Diese Visor macht voll keinen Damage! Au! Au! Der ist direkt am Boden! Scheiße! Am Laster! Läuft jetzt durch das grüne Haus zu dir! Hier? Ja genau, gleich seht ihr euch! Genau hinter der Wand ist er! Links von dir! So! Genau links! Ja! Ja! Nice! Moment! Eiskalt, Alter! Eiskalt! Wie viel geht denn das? Ich hab keine Ahnung! Runde 16 von 20! Bis wir gewonnen haben! Runden! Also noch lange? Alles klar! Vier Runden! Vier Runden, ja! Das ist aber spannend! Alter, jetzt hab ich den Siegel, ey! Willst mich verarschen! Laster! Geht ins grüne Haus! Auf den Laster! Jawoll! Weck die Sau, ey! Einer ist noch nach links! Hardy, komm, mach mal klatsch! Da ist noch einer! Loll! Da ist noch einer! Da ist der Shotgun! Herr Stark! Von beiden Seiten! So nicht anders! Ich bin das Opfer! Ich renne einfach immer vor und lock die an und ihr snackt die weg! Oh nein! Diegel! Gib ihm! Diegel! Wir spielen gleich wieder ein klassisches Bombenplan, ey! Laster! Zum grünen Haus! Alter, wie der einfach nicht gestorben ist, ey! Der hat die Bombe gehabt, ne? Damit hab ich nicht gerechnet, dass hat einer von denen gecampt! Dann Bombe becampen! Der war bei denen noch am Spawn raus! Ja, komm! Komm! Andere Waffe! Bei uns am Spawn! Bei uns am Spawn? Ja! Ich hab nur noch 15! Ist im Haus bei uns am Spawn! Ich hab noch relativ viel! Kommt grad hinten raus! Ihr seht ihn gleich! Genau da um die Ecke! Seht ihn nicht? Ja, kommt gleich! Er steht da gerade! Ich hör dich! Nein, du nicht! Ich hör dich! Da ist aber die richtige Seite! Da kommt da! Da kommt da! Da kommt da! Da kommt da! Scheiße! Scheiße! Sehr gut! Ohne Spaß mit der Schotzi! Ohne Witz! Wenigstens hab ich die Waffen jetzt weg! Ohne Schrofflench ist ja schön! Ohne Schrofflench ist ja schön! Jetzt muss ich nur in Ahnen sie rankommen! We must go! Boah, ich mag die Pistole nicht. Da rennt einer zum Laster. In der Mitte der Map. Alter, das darf nicht wahr sein, ey! Juhu! Endlich mal! Hier weg! Da kommt noch einer! Ich hab ihn mitgenommen! Scheiße! Nein! Ich nehm ihn noch mit! Ich nehm ihn noch mit! Wir brauchen noch einen Runde! Wir brauchen noch einen Runde! Wir müssen die Runde jetzt gewinnen, das ist unentschieden nur. Also wir müssen jetzt gewinnen, sonst haben die die Runde. Ja, einschlussreicht, um ihn zu töten, aber wenn du es dann triffst. Ja, ja. Also jetzt anstrengen. Bisschen ruhiger. Wo kämpfen wir die meinte? Oh fuck. Von links kommt einer im Spawn. In der Hütte ist einer! Ey, der ist hochgelaufen! Und unten! Alter, da kommt der mit der Schutti da rein! Willst du nicht verarschen? Oh fuck, Alter! Das Ding kann ich nix! Das ist doch ein... Mein Gott! Noch einer lebt! Scheiß Waffe! Das wird eng! Das wird arg eng! So, Christian, du machst es! Hinter dir, Christian wahrscheinlich! Oh Mann, ey! Jawohl! Jawohl! Yes! Alter! Niemals hätte ich das geglaubt! Gerade noch! Alter, du hast dich Meister gerissen! Ja, irgendwas! Was ist das denn? Ja, darf ich jetzt endlich Schnaps trinken? Alter, super! Super! Ja, also... Was ist das jetzt? Hervorragend! War das die erste Runde? Best of Three? Ich hab gerade gehört, wir spielen Tekken jetzt! Was? Nicht? Tekken! Wir spielen jetzt Tekken! Hör ich auf meinem Ohr! Okay, dann bist du dran! Oh geil! Dann haben wir das abgelogen! Ohhhh! Was ist denn los? Das heißt, schon wieder ein Punkt! Let's play together!